Musik Krieg in der Ukraine, Krise in der Wirtschaft, Klima in der ÖVP und nicht zuletzt über die Kritik der eigenen Person wollen wir heute reden mit ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner. Willkommen im Club 3. Vielen Dank für die Einladung. Meine Fragen stellen heute Katharina Zwinz vom Profil und Erich Vogel von der Kronenzeitung. Hallo. Frau Sachs-Lehner, Sie kommen direkt aus einer Tour rund und durch die Bundesländer bei den Bürgermeistern. Jetzt einmal nicht immer auf die Bundeshauptstadt und Wien geschaut oder möglicherweise Social-Media-Blasen, sondern was beschäftigt denn die Menschen außerhalb? Ja, ich habe jetzt tatsächlich die letzten zwei Tage viele Bürgermeister in der Steiermark, in Niederösterreich und auch in Oberösterreich besuchen dürfen. Und da merkt man schon, dass die Stimmung in der Bevölkerung durchaus aktuell eine sehr sorgenvolle ist. Wir merken, dass die Leute einfach sehr erschöpft sind, auch noch immer durch die Corona-Krise, die uns die letzten Monate ja sehr beschäftigt hat. Und dass natürlich alles, was jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges auf uns zukommt und mit dem wir uns beschäftigen müssen, die Leute ängstigt, sie sich Sorgen machen. Und auch das Thema der Teuerungen ist natürlich eines, das viele Fragen nach wie vor offen lässt und wo die Leute natürlich sorgenvoll in die Zukunft blicken und sich fragen, was alles noch auf sie zukommen wird. Wie kann Laura Sachs-Lehner diese Sorge etwa nehmen, wenn die Bürgermeister an sie herantreten? Also geht es da primär um die Energieversorgung oder geht es darum, ukrainische Vertriebene möglicherweise zu integrieren und die Problemstellung da? Oder geht es darum, ob der 150-Euro-Energiebonus rechtzeitig kommt oder die Mehrwertsteuer fallen soll auf Lebensmittel? Was sind da die drei Themen, die wirklich, wo Sie jetzt sagen könnten, taxativ, die sind das gravierendste Problem, ist Folgendes? Naja, wir haben von Anfang an auch als Volkspartei und in der Bundesregierung gesagt, dass wir die Menschen auf keinen Fall mit den Teuerungen alleine lassen. Es ist natürlich schon noch klar, dass wir das nie zu 100 Prozent abdecken können, auch die Politik nicht. Aber wir nehmen sehr viel Geld in die Hand und entlasten die Menschen so gut wie können. Wir schauen, dass ihnen am Ende des Tages auch wirklich mehr im Geldbörsel überbleibt. Und das ist natürlich etwas, dass man auch gut kommunizieren muss, dass die Leute das auch wirklich mitbekommen. Zum Teil haben wir in der Politik die Herausforderung, dass wir sehr vieles tun, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Aber es natürlich teilweise so komplex ist oder so vielfältige Maßnahmen sind, und dass es für viele Menschen, ich merke das auch immer in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern darüber diskutiere oder so, einfach schwer greifbar ist, was da wirklich dahinter steht und wie viel am Ende des Tages für jeden Einzelnen am Ende des Tages immer überbleibt. Und da ist es natürlich schon noch meine Aufgabe, als Generalsekretärin da möglichst viel unterwegs zu sein, darauf aufmerksam zu machen, was da alles passiert. Und natürlich auch mit den Menschen über ihre Sorgen zu sprechen und dann auch aufzunehmen, was sind denn Themen, die sich darüber hinaus noch beschäftigen. Und was sind vielleicht auch Bereiche, wo wir in der Politik, da kann man ganz selbstkritisch sein, wo wir uns oft sozusagen an den Sorgen der Menschen noch vorbei bewegen oder vorbei kommunizieren und wo wir einfach noch viel besser zuhören müssen, was sich am Ende des Tages wirklich beschäftigt. Ich möchte da gerne anknüpfen bei der Reise durch Österreich, wo man mit den normalen, unter Anführungszeichen, Menschen spricht, den Leuten und ihre Sorgen dann sich zu Gemüte führen lässt. Also wenn ich das richtig interpretiert habe, geht es darum, die Teuerung ist ein ganz zentrales Thema oder wahrscheinlich das Wichtigste. Jetzt hat die ÖVP auch gesagt, wir haben schon vier Milliarden investiert und in die Hand genommen und haben Pakete geschnürt. Jetzt sagen aber nicht nur die Oppositionellen, sondern auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, von der Agenda Austria, die ja jetzt nicht unbedingt ganz weit links außen stehen, das muss zielgerichteter passieren, da muss schneller reagiert werden. Haben Sie das auch gehört bei Ihrer Reise durch die Lande und mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern? Nein, und man muss ja auch dazu sagen, Österreich ist ja eines der Länder, das gerade in Europa am schnellsten gehandelt hat. Also wir nehmen das Zehnfache an Geld in die Hand, wie zum Beispiel Deutschland. Wir waren eines der ersten Länder, die bereits Ende Jänner ein erstes Antiteuerungspaket präsentiert haben. Jetzt haben wir letzte Woche im Parlament das Zweite beschlossen. Und das sind ja in Summe vier Milliarden Euro, das ist ja unglaublich viel Geld, das wir da in die Hand nehmen. Und wir machen das eben auch in Form von Maßnahmen, die natürlich eine Reihe von Einzelmaßnahmen sind, damit aber am Ende des Tages auch in jeder Zielgruppe, die besonders von Enteuerungen betroffen ist, also zum Beispiel Pendlerinnen und Pendler, besonders betroffene Unternehmen, Landwirte, dass das bei denen eben auch ankommt. Und was wir natürlich schon auch sagen, auch als Volkspartei und in der Bundesregierung, dass wir, wenn wir merken, es wird zusätzliche Entlastungen brauchen, es wird zusätzliche Maßnahmen brauchen, dann wird man auch da natürlich dementsprechend handeln und Geld in die Hand nehmen. Das ist keine Frage, ja. Okay. Also wird jetzt die kalte Progression abgeschafft, ja oder nein? Es ist eine der Maßnahmen, die aktuell geprüft wird. Das hat ja der Finanzminister angekündigt, dass eine Expertengruppe eingesetzt wird, die sich genau das anschaut. Wir haben ja diese Evaluierung der Abschaffung der kalten Progression auch schon im Regierungsprogramm verankert. Das heißt, es ist grundsätzlich nichts Neues. Das ist etwas, was wir als Volkspartei uns schon seit Jahren anschauen und wo natürlich allen, glaube ich, klar ist, dass es da einen gewissen Handlungsbedarf gibt. Und je nachdem, zu welchem Schluss die Experten kommen, inwieweit es volkswirtschaftlich sinnvoll ist und auch sozial treffsicher ist in der aktuellen Situation, wird man da noch dementsprechende Maßnahmen setzen. Entschuldigung, verzeihung, aber ganz kurz noch zur kalten Progression. Das haben ja schon alle ÖVP-Minister in den letzten, glaube ich, geschätzten, gefüllten 20, 25 Jahren gesagt. Es ist nie dazugekommen. Woran liegt das, dass man sich da nicht drüber traut? Naja, ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn man da jetzt in die Vergangenheit schaut. Wir haben jetzt aktuell mit den Teuerungen und der Inflation und allem, was dazugehört, natürlich eine besondere Situation, wo man, glaube ich, wahrscheinlich noch mal mit einem ganz anderen Druck sich diese Dinge anschauen wird. Und ich möchte schon dazu betonen, weil es jetzt also in Ihrer Frage ein bisschen um die grundsätzliche Politik der Volkspartei in den letzten Jahren geht, es ist ja nicht so, dass wir nicht die Menschen entlasten würden, nicht in der Vergangenheit sehr viel Geld in die Hand genommen hätten, um das zu tun. Also wenn man sich auch zum Beispiel die Steuerreform anschaut mit 18 Milliarden Euro Entlastung. Also da ist auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel passiert, auch in den letzten Jahren. Und jetzt ist eben die Abschaffung der kalten Progression etwas, was man sich noch zusätzlich anschauen kann, eben in der aktuellen Lage, inwieweit das dann am Ende des Tages vielleicht auch zielführend ist. Aber wir haben jetzt weder ein konkretes Datum noch eine eigentlich präzise Antwort auf die Frage gestellt bekommen, ob das jetzt, also bekommen von Ihnen, ob die kalte Progression abgeschafft wird, ja oder nein, im ersten Halbjahr beispielsweise. Weil die Krise und den Krieg haben wir jetzt, wir wissen nicht, wie lange sie dauert. Die Auswirkungen werden wahrscheinlich weit länger sein, als der Krieg selbst dauern wird. Also wenn Sie da schon nichts Präzises sagen können, ist es möglicherweise so, dass in Bezug auf die Mehrwertsteuersenkung, die von anderen Parteien gefordert wird, auf Lebensmittel möglicherweise Spielraum ist, wo Sie mitgehen können als ÖVP. Weil Ihr Parteiobmann und der Bundeskanzleramtierende Karl Nehammer hat jetzt gerade beschieden, er ist für eine Gewinnabschöpfung für Unternehmen, die besonders, was die gestiegenen Energiepreise betrifft, profitieren. Das hat zu Kursverlusten von EVN und Verbund geführt. Also man macht jetzt quasi ein bisschen jede Schublade auf und schaut einmal, was geht. Aber das, was die Bevölkerung am meisten gleich betreffe und ihnen helfen würde, wäre ja beispielsweise die Abschaffung der kalten Progression oder die Mehrwertsteuer. Und zwar das jetzt bei einer Teuerung von 7,2 Prozent und nicht irgendwann dann. Ja, ich glaube, ich muss es vielleicht noch mal konkreter ausführen, was ich vorher wirklich gemeint habe. Auf der einen Seite sehen wir, dass wir bereits eine Reihe von Maßnahmen getroffen haben und dass wir schon sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die Menschen zu entlasten. Und natürlich gibt es sozusagen jetzt Diskussionen darüber, welche Maßnahmen man zusätzlich noch treffen kann in dieser Situation. Und da sagen eigentlich alle Experten, alle Wirtschaftsexperten, dass wenn wir jetzt darüber hinaus über diese Einzelmaßnahmen noch etwas tun wollen, dann ist es am sinnvollsten, wir tun das mit strukturellen Änderungen, eben wie zum Beispiel der Abschaffung der kalten Progression. Jetzt gibt es eben diese Gruppe im Finanzministerium, die sich anschaut, in welcher Art und Weise das erfolgen kann und wie weit das auch zielführend wäre. Ich kann Ihnen nur sagen, aus parteipolitischer Sicht, nachdem ich ja Generalsekretärin und keine Finanzexpertin bin, ist auf alle Fälle der Wille da, dass man sich das anschaut und dass man eben diese Abschaffung der kalten Progression, wenn es denn zielführend ist, ich sage das immer dazu, auch wirklich vornimmt. In welcher Art und Weise und in welchem Zeitplan, das müssen sich ganz ehrlich die Finanzexperten anschauen, da traue ich mir wirklich als Generalsekretärin kein abschließendes Urteil zu. Deshalb gibt es ja Experten im Finanzministerium, die sich damit befassen. Und zu dem zweiten Aspekt, den Sie angeprochen haben mit der Mehrwertsteuersenkung, was ja von Seiten der Sozialdemokratie gefordert wird, mit dieser Forderung kann ich ehrlicherweise überhaupt nichts anfangen. Denn wenn man sich anschaut, was das am Ende des Tages bedeuten würde, also zum einen gibt es auch da genug Experten, die sagen, dass diese Mehrwertsteuersenkung sehr schnell wieder aufgefressen werden würde und am Ende des Tages nichts bringen würde. Und darüber hinaus ist das ja das absolute Gießkannenprinzip. Denn von dieser Mehrwertsteuersenkung würde am Ende des Tages jeder profitieren und natürlich nicht nur die Menschen, die es auch wirklich brauchen. Das heißt, das ist genau der Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Deshalb gibt es in beiden Antiteuerungspaketen eben diese Reihe von Maßnahmen, die zum Teil einzelne Zielgruppen betreffen, wie zum Beispiel beim ersten Antiteuerungspaket besonders vulnerable Gruppen, also Mindestpensionisten und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Das ist eben die Herausforderung bei dieser Fragestellung, dass wir eben nicht einfach nur mit der Gießkanne drüber gehen und wahllos Geld ausschütten, Steuergeld am Ende des Tages, sondern dass wir eben versuchen, Maßnahmen zu treffen, die am Ende des Tages auch wirklich den Zielgruppen helfen, die es wirklich brauchen. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal zurückkommen auf die Treffsicherheit der Maßnahmen. Sie sind ja auf Social Media sehr aktiv. Ich denke zum Beispiel an ein Video Ende April, das Sie gepostet haben, wo Sie telefonieren, wo Sie schildern, dass Sie Bürgerinnen und Bürger anrufen, die mit ihren Sorgen an Sie herantreten. Was entgegnen Sie denn da den Leuten, die unmittelbar jetzt Hilfe brauchen, die unmittelbar jetzt spüren auch, dass alles immer teurer wird? Ja, also es stimmt, wir bekommen bei uns in der Bundespartei jede Woche eigentlich tausende Zuschriften, E-Mails, Briefe, Telefonate. Und wir bemühen uns, dass wir die Leute dann eigentlich so gut es geht, alle immer zurückrufen. Also wir setzen da sehr stark auf den direkten Kontakt, sozusagen versuchen auch E-Mails und E-Mail-Antworten zu umgehen, sondern bemühen uns, dass wir die Menschen dann auch wirklich direkt zurückrufen, weil wir eben merken, dass wir aktuell in einer Situation leben, wo so viele Sorgen und so viele Ängste da sind, dass einfach das persönliche Gespräch und der direkte Kontakt am besten funktioniert. Und da sehen wir, dass es zum einen in vielerlei Hinsicht wichtig ist, auch die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was für Möglichkeiten gibt es, was werden eben gerade für Antiteuerungspakete beschlossen, welche Maßnahmen werden gerade ausbezahlt, was bekommen sie noch. Und natürlich gibt es auch viele Fälle, wo wir sehen, dass wir vielleicht noch nachschärfen müssen, dass es noch zusätzliche Entlastungen braucht. Und wir sehen natürlich auch, dass wir wahrscheinlich in vielen Bereichen, ich sage noch Stichwort Lebensmittel, wahrscheinlich gerade erst am Beginn der Teuerung entstehen und dann noch vieles auf uns zukommen wird. Und damit beschäftigen wir uns in der Politik natürlich rund um die Uhr und sind auch dahinter, uns das anzuschauen und eben dementsprechend dann noch Maßnahmen zu treffen, die am Ende des Tages auch wirksam sind. Nur, warum ich das sozusagen die ganze Zeit fast schon auf Prozesse verweise, ist nicht so zu sagen, dass wir im politischen Diskurs nichts tun würden oder uns nicht damit beschäftigen wollen würden, sondern dass natürlich das Thema der Teuerung und der Inflation ein so komplexes ist und eines ist, das uns in unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten betrifft. Das heißt, es ist nichts, was einmal mit einem Paket, mit einer Maßnahme erledigt ist, sondern es ist etwas, was kontinuierlich beobachtet werden muss, wo es eben ein erstes Paket gegeben hat, ein zweites Paket gegeben hat und wo wir natürlich jederzeit, wenn wir merken, es braucht zusätzliche Maßnahmen, auch wieder nachschärfen werden. Aber jetzt möchte ich nochmal, weil Sie das Öftere nochmal Lebensmittel betont haben. Wenn Sie dem Mehrwertsteuergedanken nichts abgewinnen können und so wie Sie jetzt sagen und Experten sagen, wir bei der Teuerung, was Lebensmittel betrifft, jetzt erst am Anfang sind und nicht am Ende, was ist es dann für ein probates Mittel? Das ist die erste Frage und die daran anschließende Frage ist, braucht die heimische Regierung wirklich für jeden einzelnen Fall, ob das Corona ist oder die Finanzhilfen, ein eigenes Gremium, eine Evaluierungskommission, eine Gekko, also wofür wurden dann die Politiker oder insbesondere die ÖVP gewählt, wenn ich dann erst recht wieder Expertengruppen brauche, auf die ich mich dann verlasse oder eben nicht verlasse und wie schnell arbeiten die, weil wenn jetzt die Menschen kein Geld haben, bis die Evaluierung mit dem Herrn Felbermayr oder anderen und den Sozialpartnern fertig ist, haben sich manche Menschen vielleicht die kaputte Waschmaschine zu reparieren nicht mehr leisten können. Ich verstehe die Frage wirklich. Ich verstehe grundsätzlich, dass das Verweisen auf Experten manchmal vielleicht fast schon mühsam klingt. Wir sehen aber schon auf der anderen Seite, dass es eben diesen Ruf nach Experten und nach einer fundierten Auseinandersetzung mit komplexen Fragen, dass der halt auch immer wieder lauter wird. Und ich gebe Ihnen in einer Sache recht, am Ende des Tages müssen die Politiker die Entscheidungen treffen, aber ich halte es schon für sehr, sehr wichtig und auch richtig, dass gerade bei so schwierigen Fragen wie zum Beispiel der Abschaffung einer kalten Progression sich wirklich eine Runde von Experten damit auseinandersetzt, sich überlegt, was für längerfristige Folgen wird das am Ende haben. Und dann natürlich am Ende des Tages wird die Entscheidung die Politik treffen müssen und dafür auch gerade stehen. Wo spüren denn Sie gerade in Ihrem eigenen Leben, dass das Leben teurer geworden ist? Naja, ich muss ehrlich aber sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass mich diese Teuerungen noch nicht in einem Ausmaß treffen und dass ich mir Sorgen machen muss. Ich merke es aber durchaus, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern oder mit meiner Oma spreche, dass diese Themen Sie tatsächlich beschäftigen. Zum Beispiel, wie viel kostet der Sprit? Wie viel zahlen Sie fürs Tanken? Und das ist natürlich ein Thema, das glaube ich alle Bevölkerungsgruppen und jeden Einzelnen irgendwo betrifft. Aber ich persönlich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich mich zwar so damit beschäftige, viel darüber spreche und mich politisch damit auseinandersetze, aber dass ich es persönlich noch nicht so spüre, dass ich mir Sorgen machen muss. Darf ich da noch was sagen? Der grüne Koalitionspartner, der Herr Kogler, der ja bekannt ist auch für süffisante Wortmeldungen, der hat in dem Zusammenhang gesagt, er könne sich das vorstellen, diese Art von Kürzung beziehungsweise Streichung, was auch immer, auf Lebensmittel, die wirklich grundlegend sind. Also er hat dann, glaube ich, genannt Champagner und was hat er noch genannt, Kaviar, eher nicht. Aber Butter und Brot. Aber bei Butter und Brot, die klassischen grundlegenden Sachen, die man heute so braucht, auch als einfacher Mensch, da kann er sich das vorstellen, hat der Herr Kanzler, und der ÖVP-Chef hat gesagt, nein, weil das wäre nicht zielgerichtet. Besteht da irgendwo ein Konfliktpotenzial innerhalb der Koalition bei diesem Thema? Das sind ja doch konträre Standpunkte. Naja, ich glaube, ich verrate Ihnen jetzt kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass kaum zwei Parteien so unterschiedliche Positionen grundlegend haben, wie die ÖVP und die Grünen in fast allen Fragen. Das ist das Herausfordernde an dieser Koalition. Also das ist natürlich in vielen Themen jedes Mal der Fall, dass wir grundsätzlich mit den Grünen zu Beginn sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben und sehr konträre Standpunkte und dass wir dann in Verhandlungen gehen müssen, wo wir eben dann den gemeinsamen Konsens finden. Und genauso ist es auch bei diesem Thema. Also ich kann die Forderung des Vizekanzlers in diesem Fall auch nicht unterstützen, genauso wie der Bundeskanzler. Aber all diese Dinge schaut man sich natürlich an und wird versuchen, Maßnahmen zu treffen, die dann am Ende des Tages bei den Menschen noch wirklich ankommen. Und ich bin mir sicher, da werden dann am Ende des Tages auch die Grünen was davon haben. Jetzt fragt man sich aber trotzdem, wenn ich da noch eine Nachfrage stellen darf, also wenn dann der Herr Kogler ausreitet mit solchen Wortspenden, könnte ich mir vorstellen, es kommt beim Koalitionspartner nicht wirklich so fröhlich an. Sie meinen bei uns? Ja, bei Ihnen, genau. Wie funktioniert es dann im Hintergrund? Rauft man sich da im Wortsinne zusammen oder wird da gestritten und sagt, warum magst du das und können wir uns nicht besser? Also ich stelle mir das ein bisschen problematisch vor, wenn ich ein gemeinsames Ziel habe, nämlich das Land zu lenken durch Krisen, die ja durchaus bestehen, also schlimmer als in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall. Wie funktioniert dann diese Art von Zusammenarbeit? Wie kann man das? Ich weiß, Sie sagen, der Herr Kanzler sagt dieses, der Kogler sagt was anderes, der Vizekanzler, aber dann findet man gemeinsame Lösungen. Wie funktioniert das in der Praxis? Da muss ja dann hin und wieder auch einmal ordentlich die Fetzen, müssen die Fetzen fliegen, oder? Naja, grundsätzlich sind, denke ich, alle professionell genug, dass man mit unterschiedlichen Standpunkten gut umgehen kann und sich das dann einfach ganz normal ausmacht, und sich einfach anschaut, wo ist der Kompromiss und wo ist auch die beste Lösung, die am Ende des Tages auch für die Menschen das Beste rausbringt. Aber es ist keine Frage, natürlich gibt es hier und da Meinungsverschiedenheiten auch in der Koalition, also das ist in dieser Koalition so, das war auch in vergangenen Koalitionen so, ich glaube, das ist jetzt für niemanden etwas Neues. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, es sind die Grünen und die Volkspartei natürlich ideologisch in vielen Dingen sehr weit voneinander entfernt. Trotzdem funktioniert die Koalition sehr, sehr gut, wenn man sich anschaut, was wir alles in den letzten Wochen auf den Weg gebracht haben. Also ich verweise nochmal auf das Antiteuerungspaket, aber zum Beispiel auch letzte Woche die Präsentation der Rot-Weiß-Rot-Karte, die Erhöhung der Studienbeihilfe und ich könnte Ihnen jetzt eine halbe Stunde lang Dinge aufziehen, die wir beschlossen haben, aber ich erspare es Ihnen. Ich sage nur, rein inhaltlich gesehen funktioniert die Koalition sehr, sehr gut, wir bringen sehr viel auf den Weg und das ist am Ende des Tages auch das Entscheidende, dass wir in der Volkspartei oder auch ich persönlich mit vielen Aussagen des grünen Koalitionspartners nicht d'accord gehe, das ist auch klar. Was war denn die letzte, wo Sie nicht d'accord gegangen sind bis auf die KWR-Mehrwertsteuersenkung? Naja, ich würde es nicht an einer einzelnen Aussage festmachen. Aber ich würde es gerne an einer einzelnen Aussage festmachen. Aber das ist immer so schwierig, dann ein konkretes Beispiel zu finden. Aber ich kann Ihnen natürlich zum Beispiel sagen, wo wir Themenbereiche haben, wo wir uns vielleicht da und dadurch mehr Bewegung vom Koalitionspartner wünschen würden. Wenn man die andere Frage als der Herr Nehammer zum Herrn Putin gereist ist war, gab es da nachher einen, man könnte auch sagen, einen Rapport beim Bundespräsidenten. Der grüne Koalitionspartner wusste nicht über die Reise so Bescheid. Hat es da hinter den Türen des jeweils anderen möglicherweise eine lautstarke oder nicht lautstarke Unterredung darüber gegeben? Da muss ich Ihnen leider widersprechen, weil der Koalitionspartner war informiert. Ich weiß, dass es da medial andere Darstellungsformen gegeben hat. Aber ich kann nur sagen, es waren alle informiert. Es war der Koalitionspartner informiert. Es war der Bundespräsident informiert. Es waren auch auf europäischer Ebene alle handelnden Akteure informiert. Und insofern hat es in diesbezüglich auch keine Diskussionen gegeben. Sie haben mir zuletzt auch scharfe Worte für den Koalitionspartner selbst gefunden. Ich habe es mir notiert. Sie meinten zum Beispiel, dass es in den grünen Ministerien auch Vorgänge geben würde, wo parteinahe Agenturen Aufträge bekommen würden und haben das als himmelschreiende Heuchelei bezeichnet. Also so gut kann das Verhältnis ja dann auch nicht sein, wenn Sie solche drastischen Worte finden. Naja, also auch wenn wir in einer Koalition zusammenarbeiten, ist es trotzdem wichtig, dass man gewisse Dinge ehrlich und offen anspricht. Und es ist auch meine Aufgabe als Generalsekretärin, Dinge klarzustellen, Vorwürfe zurückzuweisen und natürlich auch mich von anderen Parteien abzugrenzen und uns als Volkspartei abzugrenzen. Und wenn wir uns dann anschauen, was wir da in den letzten Wochen und Monaten erleben, dass die Volkspartei ständig unter Beschuss ist, dass wir sozusagen ständig mit Vorwürfen konfrontiert sind. Okay, schauen wir uns alles an, darüber wird diskutiert, das ist in Ordnung, das halten wir aus als Volkspartei. Aber genauso möchten wir natürlich auch, dass dann das bei allen anderen passiert. Und da finde ich schon, dass da in gewisser Art und Weise mit zweieinem Maß gemessen wird, nicht nur grundsätzlich in der öffentlichen Debatte, sondern vor allem auch vom Koalitionspartner, wenn man sich dann eben so Fälle anschaut, wie zum Beispiel, dass auch im Klimaschutzministerium Aufträge vergeben werden an parteinahe Agenturen. Auch bei den Grünen gibt es in den einzelnen Ressorts Postenbesetzungen, die nach dem grünen Parteibuch passieren. Und da erwarte ich mir schon, dass man da genauso hinschaut und dann genauso für Transparenz und das habe ich mit dieser Heuchelei gemeint. Im Punkt der Klimapolitik, weil Sie das Klimaministerium auch angesprochen haben, möchte ich noch ganz kurz auf die Stadt Wien Bezug nehmen. Die Stadtstraße, die Baustelle der Stadtstraße wurde besetzt, wird besetzt. Der umstrittene Lubautunnel wurde von der grünen Ministerin gestoppt. Können Sie denn die Position der Grünen in diesem Punkt verstehen? Nein, ich kann die Position der Grünen in diesem Punkt nicht verstehen. In meinen Augen und ich komme ja selbst aus Wien, also bin ich mit dem Thema wirklich durchaus intensiv befasst, ist der Lubautunnel ein Projekt, das wahnsinnig wichtig wäre für die Region, das wahnsinnig wichtig wäre für all die Menschen, die in dem Bezirk vom Verkehr betroffen sind. Ein Projekt, das unglaublich viel Entlastung bringen würde für die Menschen vor Ort und dass dieses Projekt gestoppt wurde seitens der Ministerin ist etwas, das nun ja zur Kenntnis zu nehmen ist, aber es ist auch die Ministerin jetzt gefordert, hier tatsächlich auch Alternativen und Lösungsvorschläge zu bringen, weil es einfach so zu belasten, wie es ist, wird am Ende des Tages auf Kosten der Lebensqualität der Menschen vor Ort gehen und das ist nicht zu akzeptieren. Und geht es auch, Entschuldigung, geht es auch zulasten der Beziehung zur Koalition, ist ja doch ein zentrales Thema, das Klimathema. Also wenn man sich anschaut, wer da mit der Frau Gewessler so im Klinsch liegt, das ist ja durchaus beachtlich, kann das zu einer Belastung für die Koalition werden, vor allem angesichts der Tatsache, dass Heinz Mayer, ein anerkannter Verfassungsjurist, gesagt hat, das ist eigentlich, wenn ich das so salopp formulieren darf, wurscht, was die Frau Gewessler sagt, weil der Bauherr oder Bauherrin ist die Asfinag, sie kann vielleicht ihre Einschätzung abgeben, aber rein juristisch kann die Asfinag sagen, laut Herrn Mayer, wir bauen das und fertig. Also wie geht man mit diesem Thema um? Das ist ja durchaus ein, es ist vielleicht nur ein Tunnel, betreffend ganz Österreich, aber es ist schon ein zentrales Thema, Klimaverkehr, wie geht man mit diesem Problem um? Naja, grundsätzlich ist die Zuständigkeit klar, es gibt eine klare Ressortzuständigkeit seitens der Ministerin, das heißt, sie ist gefordert, da eine Lösung zu bringen und auch Alternativen vorzuschlagen und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise zulasten der Koalition geht, es gibt viele Themen in der Koalition, die man durchaus kritisch diskutiert und wo es sehr konträre Meinungen gibt und auch da und dort wahrscheinlich Differenzen. Am Ende des Tages ist das Zentrale, dass eine Lösung am Tisch liegt und da ist die Ministerin Gewessler einfach gefordert, die jetzt vorzulegen. Okay, das heißt, Sie warten jetzt, was legt Sie für eine Alternative vor oder was, wie und wann bewegt Sie sich sozusagen? Ich gehe davon aus, dass hoffentlich in absehbarer Zeit Ihrerseits da eine Lösung beziehungsweise ein Alternativvorschlag dann vorliegt. Okay. Das ist ein bisschen bequem, würde ich meinen. Etwas, wo Sie sich auch ein bisschen meiner Wahrnehmung nach auf die Frau Gewessler verlassen ist, wir haben ein Ziel, nämlich 2030 zu 100 Prozent erneuerbare Energie zu haben in Österreich. Wenn jetzt die Bundesländer, die zum Großteil schwarz oder zürkisch geführt sind, je nachdem, wie die Parteifahrer jetzt dann jeder für sich definiert, eher Bedenken haben oder sagen, also Windräder, ja, aber nicht bei uns, weil die sind schier und wir hätten es dann nicht so gerne und die Photovoltaik in der Fläche, weil auf den Dächern wird es sich nicht ausgehen. Wie viel leistet denn die ÖVP und die ÖVP-geführten Länder, um dem Ziel 2030 überhaupt gerecht zu werden, annähernd? Naja, wir haben, wir stellen sechs Landeshauptleute und in all diesen Bundesländern leistet die Volkspartei natürlich ihren Beitrag dazu, dass wir dieses Ziel erreichen. Also wir sehen, dass... Niederösterreich will zum Beispiel jetzt eher weniger Windräder. Naja, aber Niederösterreich ist trotzdem eines der Bundesländer, die da, wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht, relativ weit vorne liegt, die da sehr gut unterwegs sind. Reden wir von Salzburg, reden wir von der, also von der Steiermark. Wir müssen jetzt nicht auch hier im Wiener Umfeld bleiben. Also im Markfeld kannst du eh nichts verschandeln, wenn ich das so sagen darf. Ich bin dort in der Nähe aufgewachsen. Dann darfst du. Dann darf ich das. Aber dort sind natürlich viele Windräder. Aber das ist eine große Ebene, wo viel Wind geht. Das ist natürlich auch, ist eine andere gegeben, grundlegende Gegebenheit, als jetzt zum Beispiel im Salzkammerkuchen. Schauen Sie, wir als Volkspartei, wir sagen ganz klar, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien oberste Priorität haben muss, dass das natürlich ein Ziel ist, dass wir als Volkspartei zu 100 Prozent unterstützen, zu unterstützen genauso unsere Bundesländer. Und es sind unsere Bundesländer in erster Linie natürlich auch gefordert, da zu schauen, was in ihren Regionen am besten funktioniert, was für sie das beste Modell ist, um eben diesen Weg möglichst schnell und konsequent gehen zu können. Aber ich bin Generalsekretärin der Bundespartei und ich werde sicher nicht einzelnen Bundesländern vorschreiben, wie sie es da sozusagen anzulegen haben. Das war auch nicht die Frage. Aber würden Sie dem beipflichten, dass die Werf oder der Impetus das vielleicht möglicherweise auch einfach aktiv zu machen, bevor wir ein Fridays for Future oder eine globale Konferenz nach der anderen haben, die sagen, wir werden diese Ziele so nie erreichen. Seid es nicht zäumig, sondern seid es gescheit und beginnt es jetzt, irgendwie Vorsorge zu treffen, bevor irgendwie die Politik oder die EU oder die Welt irgendwie das zu sanktionieren beginnen muss und euch verpflichten muss. Weil die Frau Gewessler kann niemanden anschaffen, irgendwo ein Windrad hinzustellen. Den Vorwurf kann ich so nicht ganz stehen lassen, weil wir tun als Volkspartei sehr, sehr viel in dem Bereich. Wir sind genauso sozusagen auf all unseren Ebenen, sei es auf Gemeindeebene, auf Landesebene, auf Bundesebene damit beschäftigt. Für uns ist Klima- und Umweltschutz genauso eines der zentralsten Themen. Wir sind sozusagen die Ersten, die sich für den Ausbau von erneuerbaren Energie aussprechen. Wir sind diejenigen, die in Wien die ganze Zeit zum Beispiel darauf pochen, dass wir viel mehr in den Ausbau von Photovoltaik oder anderen Maßnahmen investieren müssen. Der Unterschied ist vielleicht, wir tragen es nicht die ganze Zeit so vor uns her. Und wir sagen natürlich auch, dass Klima- und Umweltschutz mit Hausverstand funktionieren muss und dass es trotzdem mit den Lebensrealitäten der Menschen einhergehen muss. Und da sind wir zum Beispiel auch schon beim Stichwort Lobautunnel wieder, weil die Debatte, die sich da herumdreht, dass man sozusagen sagt, man stoppt das aus Gründen des Umweltschutzes, ist auf der einen Seite, ja, okay, kann man irgendwie als berechtigtes Argument hernehmen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon, dass es die tatsächliche Lebensrealität von Menschen gibt und dass wir sehen, dass dort Menschen im Verkehr, kann man sagen, wirklich untergehen, dass dort in den betroffenen Bezirken am Sonntagvormittag kilometerlanger Stau zum Teil ist und dass es dann natürlich dann Lösungen braucht, die für die Lebensrealität der Menschen dann am Ende des Tages auch wirklich Entlastung bringt. Aber es kam mir jetzt ein bisschen so vor, dass Sie jetzt den Lobautunnel gegen die Erneuerbaren ausspielen und quasi, wenn die Frau Gewessler beim Lobautunnel nicht nachgibt, dann kann sie sich ihre Windräder oder das 20-30-Ziel ein bisschen irgendwo hinschmieren. Es klingt ein bisschen so durch. Bitte das so nicht zu verstehen. Es ging mir einfach nur darum, aufzuzeigen, wie die Debatte in diesem Bereich einfach geführt wird und wo da vielleicht auch durchaus die Unterschiede zwischen uns und den Grünen sind. Aber es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern es geht einfach darum, wie legt man seine Politik an. Das heißt aber, wenn ich das weiter führen darf, ganz kurz, Sie haben ja gesagt, Sie können oder wollen den Bundesländern nichts anschaffen. Das heißt, die Bundesländer sind hier der Machtfaktor. Die Frau Mikl-Leitner kann sagen, ich mache das jetzt oder ich mache es nicht. Genauso der Herr Schützenhöfer und wie sie alle heißen. Das heißt, man kann sich da auch zurücklehnen und sagen, naja, ich kann dem Schützenhöfer nicht sagen, wie viele Windräder er irgendwo hinstellen muss. Dann lässt man auch den Koalitionspartner irgendwo anrennen. Also nein, das würde ich jetzt wirklich als polemische Interpretation meiner Aussage darstellen, weil wir sind ein föderaler Staat als Österreich und da ist es sehr, sehr gut so, dass durchaus unsere Bundesländer gewisse Kompetenzen haben und auch unsere Gemeinden und dass die entscheiden können, was für sie, was für ihre Region am besten ist. So funktioniert das politische System in unserem Land und ich halte das für absolut richtig. Okay. Also Föderalismus ist genau das Richtige? Ja, natürlich. Unsere föderalen Strukturen sind durchaus unsere Stärke in Österreich. Ich möchte jetzt ganz kurz Ihre Rolle als Generalsekretärin ansprechen, weil Sie es eben vorher auch gesagt haben, Sie sind seit Beginn des Jahres Generalsekretärin. Wie verstehen denn Sie Ihre Rolle? Generalsekretärinnen gelten ja auch als Partei, als Kettenhunde sozusagen der Parteien, wenn man so möchte. Lustige Frage. Ich habe als eine der ersten Fragen bei einem meiner Antrittsinterviews hat mich eine Kollegin von Ihnen, von einem anderen Medium gefragt, sind Sie eher der Schoßhund oder der Kettenhund der Volkspartei? Und ich habe darauf geantwortet, ich bin keines von beiden. Ich bin einfach ich und als Generalsekretärin ist es natürlich meine Aufgabe, auf der einen Seite zu kommunizieren, was die Bundesregierung tut, was der Bundesparteiabmann tut. Meine Aufgabe ist es auch, mit Funktionären im Austausch zu sein, einerseits Sie darüber zu informieren, was bei uns auf Bundesebene eben passiert, aber auch zuzuhören, was beschäftigt unsere Funktionäre und Mitglieder im ganzen Land. Und wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich bin natürlich auch dafür zuständig, das inhaltliche Profil der Volkspartei zu schärfen, Vorwürfe klarzustellen und wenn nötig, uns auch von anderen Parteien klar abzugrenzen. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, machen wir eine kurze Werbeunterbrechung und wir mieten uns in der nächsten halben Stunde ganz und gar der Volkspartei ihre Rolle und der Frage, wie korrupte möglicherweise die Volkspartei mit oder ohne neue Volkspartei ist. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück in der zweiten Hälfte des Club 3. Heute zu Gast die ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Linner, Katharina Zwinz vom Profil und Erich Vogel, der das Bein deshalb so ausgestreckt hat, weil er gestern einen Disput mit seinem Hund und einem anderen Hund hatte und aufgrund der ärztlichen Empfehlung das Bein ausgestreckt haben muss. Das ist nicht, weil er besonders lässig ist, das ist er auch, aber damit die Schmerzen gering sind. Nun wieder zurück, weg vom Lachen hin zu einem sehr ernsten Thema, Frau Sachs-Linner. Es geht um Ihre Position innerhalb der Partei, die auch durchaus momentan kritisch hinterfragt wird, öffentlich. Und Kollegin Zwinz war am Wort. Genau, also wir haben über ihre Funktionen als Generalsekretärin gesprochen, die sie seit Anfang des Jahres inne haben. Axel Melchior danach gefolgt sind. Wie wollen denn Sie die ÖVP inhaltlich weiterbringen? Wie wollen Sie, Sie haben gesagt, Sie wollen auch Themen schärfen. In welcher Richtung soll es denn weitergehen? Naja, ich glaube, dass grundsätzlich das Profil der Volkspartei sehr, sehr klar ist. Das ist durchaus eine Errungenschaft, sicher, der letzten Jahre, dass ich der Meinung bin, dass die Menschen sehr gut wissen, wofür wir als Volkspartei stehen und was auch die Handschrift der ÖVP in den letzten Jahren war. Aber ich sage auch, das ist etwas, was wir da und dort sicher noch stärker kommunizieren müssen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was ist denn die Handschrift der Volkspartei in der Regierungsarbeit zum Beispiel. Da sage ich ganz klar, ist es natürlich in erster Linie, dass wir Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten, dass wir Familien in den Fokus rücken und natürlich auch die Abgrenzung und die Abgrenzung von anderen Parteien. Was meine ich damit konkret? Dass man zunehmend bei vielen Themen, wie zum Beispiel beim Thema Klimaschutz, beim Thema soziale Politik, was alles Themen sind, wo man uns als Volkspartei vielleicht von anderen Parteien absprechen würde, dass das Themen sind, die uns wichtig sind, dass wir natürlich auch da Akzente setzen und uns klar positionieren. Das tun wir auch in unserer täglichen Arbeit, aber ich glaube, es ist durchaus da oder dort sinnvoll, das noch stärker zu betonen und zu kommunizieren. Jetzt gab es ja zuletzt die Gerüchte über eine mögliche Ablöse von Ihnen. Sie haben das auch schon dementiert. Was ist dran an dem? Naja, wir merken, dass rund um unseren Bundesparteitag, der nächste Woche stattfindet, jetzt eine Vielzahl von Gerüchten im Umlauf ist, zum Teil vermutlich bewusst gestreut. Und ich habe eh schon die letzten Tage immer wieder, und auch der Bundeskanzler hat das immer wieder gesagt, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist, weder an den Veränderungen im Regierungsteam noch an den Veränderungen in der Bundespartei, auch meine Person betreffend. Es ist natürlich schade, dass man sich laufend mit solchen Gerüchten auseinandersetzen muss, das sage ich auch dazu. Das ist eigentlich nichts, also gehört nicht zu den Dingen, die in der Politik unbedingt Spaß machen und ist eigentlich auch keines der Themenbereiche, für die man eigentlich auch gerne Politik macht oder für die ich in die Politik gegangen bin. Aber gehört offensichtlich aktuell dazu und somit muss man sich damit auseinandersetzen. Als möglicher Nachfolger, Entschuldigung, wurde ja auch der niederösterreichische Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner genannt, der aber auch im nächsten Jahr einen Wahlkampf zu schlagen hat mit Johanna Mikkel-Leitner. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur niederösterreichischen Volkspartei? Ja, sehr gut. Ich arbeite mit Bernhard Ebner als Landesgeschäftsführerin Niederösterreich sehr, sehr gut zusammen. Ich kenne ihn schon einige Jahre. Ich war ja davor auch Generalsekretärin der jungen ÖVP. Auch da hat man viel mit ÖVP-Landesgeschäftsführern zu tun. Das heißt, das ist auch alles nichts Neues für mich in meiner jetzigen Funktion. Und die Zusammenarbeit funktioniert da sehr gut. Und ja, wir haben eine sehr starke Volkspartei in Niederösterreich, auf die wir sehr stolz sind. Sie haben auch, Verzeihung, Sie haben auch in, die Volkspartei ist ja auch in anderen Bundesländern sehr stark, Vorarlberg. Vorarlberg werden wir nachher noch kurz streifen, nehme ich an. Jetzt hat man gehört, dass aus den Bundesländern, sagt man, vielleicht sind es auch nur Gerüchte, dass man sich an der Position des Generalsekretärs, Generalsekretärin, ein Schwergewicht wünscht. Ja, also so jetzt als Metapher gesehen natürlich. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie, Sie werden das ja auch mitbekommen haben. Wer die Gerüchte gestreut hat, weiß ich nicht, aber angeblich kommt es aus der Partei selbst. Ich glaube, der Kurier war das die Ersten, die darüber berichtet haben. Wie gehen Sie damit um und wie kann man dagegen steuern? Ihr, muss man gleich sagen, der Herr Kanzler hat, ist natürlich sofort ausgerückt und hat gesagt, da ist gar nichts dran. Der Herr Kanzler hat Ihnen sofort den Rücken gestärkt. Aber wie kommt es zu sowas, wenn man sagt, wir sind eh so gefestigt, die Umfragen deuten was anderes an. Wie kommt es dann dazu und wie geht man damit um? Als Person? Naja, Sie sagen selbst, also der Kanzler hat das natürlich sofort dementiert und deshalb glaube ich, darf man solche Gerüchte grundsätzlich nicht überbewerten. Aber ich sage schon noch dazu, es war sicher eine durchaus mutige Entscheidung des Parteioabmanns, eine 27-jährige Wienerin in die Position, also zu fragen, ob sie die Position der Generalsekretärin übernehmen möchte. Das ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, ich schaue wahrscheinlich nicht aus wie der klassische Generalsekretär einer Volkspartei, wie man ihn sich vielleicht normalerweise vorstellen würde. Wie stellt man sich denn dem vor? Ja, das können Sie mir wahrscheinlich besser beantworten. Sie sind die Kommentatoren von außen. Aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich eine junge Frau bin, die jetzt diese Position übernommen hat. Es macht mir sehr viel Freude. Es ist eine durchaus intensive Aufgabe, durchaus fordernd. Das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber mir macht es sehr viel Spaß. Wir arbeiten sehr gut zusammen bei uns im Team, auch im Regierungsteam und bei uns in der Partei. Und insofern habe ich auch noch viel vor. Das heißt, Sie werden, also der Parteitag ist am Samstag in einer Woche in Graz. Sie werden auch danach Generalsekretärin der Volkspartei bleiben? Ja, ich werde auch danach Generalsekretärin der Volkspartei bleiben. Und ich freue mich schon sehr auf unseren Bundesparteitag. Gehe davon aus, es wird ein hervorragendes Ergebnis dort vor Ort geben für unseren Bundesparteiabmann. Und ich freue mich sehr auf alle Projekte, die danach kommen. Wenn mal ein so ein Meilenstein wie ein Bundesparteitag erledigt ist, Sie können sich vorstellen, wie viel Vorbereitung das in Anspruch nimmt. Dann freut man sich natürlich auf alles, was man danach wieder in Angriff nehmen kann. Wie hoch ist das Votum für ein, oder wie hoch ist das ein gutes Votum für den Herrn Nehammer? Weil der Herr Kurz hat ja im letzten Sommer, also gerade, dass nicht die 100 Prozent erreicht wurden, was ist ein gutes Ergebnis für Karl Nehammer an der Spitze der ÖVP? Nein, ich werde mich jetzt auf keine Zahl festlegen, aber wir merken einen sehr großen Rückhalt in der Partei für Karl Nehammer. Wir haben eine sehr große Geschlossenheit in unserer Partei, also gehe ich davon aus, dass das Ergebnis sehr, sehr gut sein wird. Kann das auch sein, weil es in einer Mangelung an anderen Kandidaten? Nein, wir haben einen sehr, sehr starken Bundesparteiobmann, einen hervorragenden Bundeskanzler, der, wie gesagt, sehr viele positive Rückmeldungen bekommt. Er ist absolut der bestgeeignetste Kandidat dafür und das wird sich auch am Bundesparteitag zeigen. Beim Parteitag wird ja auch Altkanzler Sebastian Kurz dabei sein. Zum ersten Mal seit seinem Abgang aus der Politik wird er sich öffentlich zu Wort melden. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Sebastian Kurz? Na ja, Sebastian Kurz ist eine herausragende Persönlichkeit, der unglaublich viel für die Volkspartei in den letzten Jahren geleistet hat, dem wir auch sehr zu Dank verpflichtet sind für alles, was er in den letzten Jahren geleistet hat. Ich habe nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, bin hier und da auch weiterhin in Kontakt mit ihm und ich freue mich sehr, dass er beim Bundesparteitag auch dabei sein wird, dort seine Abschiedsworte sozusagen halten wird, sich nochmal verabschieden wird, sich wahrscheinlich auch bedanken wird für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren und dann auch zur Geschlossenheit aufrufen wird. Genauso übrigens, wie das in der Volkspartei immer Tradition war und wie das auch üblich war bei jedem Bundesparteitag in der Vergangenheit. Es ist jetzt die letzten Tage so viel darüber spekuliert worden, was das bedeutet, aber es ist üblich, dass ein Parteiobmann beim Bundesparteitag, also ein entscheidender Parteiobmann beim Bundesparteitag vor Ort ist, dabei ist und dort auch spricht und sich verabschiedet. Das ist bei uns Tradition und das brechen wir dieses Mal natürlich auch nicht. Tradition, Entschuldigung, Tradition hat auch bei der Volkspartei, wie wir wissen, das Absägen von ÖVP-Chefbundesobmännern, also kann man wohl so behaupten. Jetzt stellt sich, also wenn man so auch mit ÖVP-nahen Menschen spricht und so weiter, stellt sich auch die Frage, der Herr Kurz wurde ja nicht abgesägt letztendlich, also er ist dann über diese Chats gestolpert und wurde dann, wie man hört, auch von den Landeshauptleuten dazu gedrängt, sich zurückzusehen oder beiseite zu treten, wie es am Anfang geheißen hat. Es gibt aber trotzdem, jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück, Entschuldigung, dass ich so lange rede, dass eventuell ein Comeback bevorstehen könnte. Es sollten sich natürlich alle Vorwürfe der Justiz auflösen und als nicht klagbar herausstellen oder anklagefähig sein. Wie ist da die Situation innerhalb Ihrer Partei, der wieder natürlich drüber geredet, nehme ich an, oder? Ist das Thema? Naja, also Sebastian Kurz hat ja selbst jetzt neuerlich noch einmal zu 100 Prozent ausgeschlossen, dass es irgendein Comeback gibt. Wir haben das auch in der Partei jedes Mal klar verneint und dementiert und das ist ehrlicherweise bei uns innerhalb der Partei auch überhaupt kein Thema. In der eigenen Wählerschaft wird der Obmannwechsel ja mittlerweile gutiert. Wie sehen denn Sie das? Sie sind von Karl Nehammer als Generalsekretärin eingesetzt worden, im Windschatten von Sebastian Kurz sozusagen groß bekannt geworden. Wie sehen denn Sie den Obmannwechsel? Naja, also es stimmt, ich bin in einer Zeit sozusagen zur Volkspartei gekommen oder sagen wir so damals zur jungen ÖVP, wo Sebastian Kurz damals Bundesobmann der jungen ÖVP war. Das war damals sicherlich oder seine Politik war sicherlich einer der Gründe, warum ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren. Das war ja damals noch zu einer rot-schwarzen Koalition, man nennt das glaube ich nach wie vor die Koalition des Stillstands und mir hat das damals einfach unfassbar getaugt, dass es Menschen gibt, die da etwas bewegen wollen, also nicht nur Sebastian Kurz, sondern viele Menschen in der jungen ÖVP, die damals schon dabei waren, die einfach etwas verändern und bewegen wollten und das hat mich angesprochen und so hat sozusagen mein politischer Werdegang begonnen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, wir haben Sebastian Kurz da natürlich auch viel zu verdanken. Er hat Unglaubliches geleistet in den letzten Jahren für die Volkspartei, aber auch fürs Land. Aber genauso kenne ich auch schon Karl Nehammer seit Jahren. Er war ÖVP-Generalsekretär, wie ich JVP-Generalsekretärin war. Also auch da gibt es schon eine längere Geschichte sozusagen. Wir sind auch da seit einigen Jahren gut befreundet. Und ich bin sehr froh und freue mich auch sozusagen, dass er diese Funktion übernommen hat und bin natürlich auch sehr stolz und freue mich sehr darüber, dass er mich eben dann vor ein paar Monaten gefragt hat, ob ich die Funktion der Generalsekretärin übernehmen möchte. Weil Sie können sich vorstellen, für jemanden wie mich, der seit acht Jahren in den unterschiedlichsten Positionen in der Volkspartei engagiert ist, ist es natürlich eine unglaubliche Ehre, wenn man die Chance bekommt, die Volkspartei so entscheidend mitgestalten zu können. Sie haben jetzt apropos Gestalten. Das Logo ist ein bisschen ein anderes. Aus der neuen Volkspartei wird die Volkspartei. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind mitunter in die Politik gegangen, weil Sebastian Kurz die ÖVP angeführt hat. Das waren dann die Türkisen. Jetzt kann man dann sagen, das sind Spitzfindigkeiten, ob das die Türkisen jetzt oder die Schwarzen sind. Aber ist es nicht bemerkenswert, dass gerade Sie, die durch Sebastian Kurz sozialisiert wurden, das Logo jetzt ändern, das Neue rausnehmen und das ein bisschen wenigstens optisch nach einer Trennung oder Emanzipation des ehemaligen Kanzlers klingt? Nein, in keinster Weise. Aber warum war das notwendig überhaupt? Man könnte ja alles beim Alten lassen. Das kostet alles Geld. Apropos Teuerung und Nachhaltigkeit. Also es ist ja relativ wurscht. Es macht nur mehr Schlagzeile, ob Sie sich jetzt mehr schwarz- oder mehr türkis fühlen. Naja, wir bleiben ja türkis. Wir haben das Logo eigentlich nur ganz leicht weiterentwickelt. Wir haben es einfach, man kann sagen, modernisiert und aktualisiert, so wie es in vielen Bereichen mit Logos immer wieder der Fall ist, wo es einfach darum geht, Sie an die Zeit an. Selten verzeihen Sie, dass ich es unterbreche. Ja, aber das ist der einzige Hintergrund des Ganzen, dass wir das Logo einfach aktualisieren, modernisieren und anpassen wollten. Es sind ja auch wirklich, also entschuldigen Sie, ich bin keine Grafikerin, aber ich glaube auch rein optisch wirklich nur minimale Veränderungen. Aber warum macht man es dann? Nein, es geht einfach um eine behutsame Weiterentwicklung des Logos und dass man es einfach modernisiert und anpasst. Es ist ja im Bundesparteitag auch immer ein guter Zeitpunkt für sowas, weil es natürlich immer auch ein neues Kapitel in gewisser Art und Weise einläutet und das ist der Hintergrund. Aber ich würde all diese ganze Diskussion um Logos und all diese Dinge wirklich nicht überbewerten. Am Ende des Tages ist ja das entscheidend, was dahinter steht und das sind die Inhalte und die sind gleich geblieben. Genau, dann kommen wir, ich möchte trotzdem eine Spitzfindigkeit sein, Marc, um Ihren ehemaligen Kanzler zu zitieren, der es im juristischen Kontext getätigt hat. Wenn man sich das neue Logo anschaut, dann ist es zwar noch immer Türkis, so ein Streifen, aber es ist viel weniger Türkis. Das heißt jetzt Volkspartei, für mich klingt es doch ein bisschen, verzeihen Sie den Ausdruck, auf eine Rückbesinnung und nicht Weiterentwicklung, nämlich Rückbesinnung. Wir sind wieder nach dieser, sagen wir doch eher turbulenten Phase von Herrn Kurz und seinen Freunden. Jetzt sind wir wieder eher umfragemäßig weiter unten und jetzt besinnen wir uns zurück auf die alte ÖVP. Ist das nicht auch ein Signal, dass da gesendet werden soll? Und darf ich die Frage mit einem untermauern? Wir hatten einen Parteitag in Niederösterreich, die Johanna Mikl-Leitner, die verpassen sich eigene Statuten. Die Farben waren blau-gelb. Ich weiß schon, das hat mit den Landesfarben was zu tun. Aber es mutet schon alles ein bisschen danach an, als würde sich jetzt jeder ein bisschen von dem emanzipieren, wie es der Kollege Vogel gesagt hat, was der Herr Kurz ins Treffen geführt hat und wie er die Partei geführt hat. Nein, in keinster Weise. Also ich sage das auch gleich dazu. Wir sind sehr stolz auf unsere Vergangenheit. Wir sind stolz auf die letzten vier Jahre, auf alles, was die Volkspartei da bewegen und leisten konnte. Das möchte ich schon einmal ganz klar ausgesprochen haben. Und im Hinblick auf das Logo. Also ich kann wirklich nur von Detail sprechen. Also ich glaube, der türkise Strich im Logo ist eigentlich noch genauso dick, wie er vorher war. Wir haben ihn nur von unten nach oben gesetzt. Also es ist wirklich eine minimale Veränderung. Es hat keinerlei politische Botschaft in diesem Sinn. Es geht einfach nur um optische Dinge und um einfach eine Weiterentwicklung des bisherigen Logos. Ich würde es insofern wirklich nicht überbewerten. Und ich kann Ihnen so viel schon ankündigen, Sie werden auch beim Bundesparteitag merken, dass Sie uns in keinster Art und Weise von irgendeiner türkisen Farbe abgrenzen. Ich möchte jetzt ein Thema ansprechen. Und zwar in den letzten Tagen und Wochen standen Zahlungsflüsse der ÖVP, also in der ÖVP und nahestehenden Organisationen im Fokus der Öffentlichkeit. Wenn man nach Vorarlberg blickt, zum Vorarlberger Wirtschaftsbund. Ist das denn eine gute Praxis Ihrer Meinung nach, wenn öffentliche Betriebe oder Kammerinnungen in Parteizeitungen inserieren? Naja, also das Thema muss man schon differenziert betrachten. Wir sehen auf der einen Seite, dass es da Vorwürfe gibt gegen den Landeshauptmann und auch gegen die Vorarlberger Landespartei, die natürlich aufgeklärt werden müssen. Es ist keine Frage, das hat sowohl die Landespartei als auch der Landeshauptmann von Anfang an zugesichert. Und da sollen einfach die zuständigen Institutionen ihre Arbeit tun. Was ich aber schon dazu sagen möchte, dass das grundsätzliche Skandalisieren von Inseraten als solches, davon halte ich nichts. Inserate per se sind nichts Schlechtes, solange das alles rechtens abbrennt, es klar definierte Gegenleistungen und auch Summen gibt und das alles sauber abbrennt, dann gehören Inserate durchaus in der Kommunikation dazu, auch in der politischen Kommunikation. Und da glaube ich nicht, dass es notwendig ist, da immer von einem Skandal zu sprechen. Entscheidend ist natürlich, dass alles immer sauber abläuft, aber der Landeshauptmann und die Vorarlberger Landespartei haben da zugesichert, dass sie sich an jeder Aufklärung beteiligen, legen ja auch alles offen auf den Tisch, soweit ich weiß. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass sich da jeder Vorwurf auch bald auflösen wird. Entschuldigung, darf ich da einhaken? Ich habe ja gestern ein Schriftstück zugespielt bekommen. Das stammt von der Staatsanwaltschaft in Feldkirch, die führt den Herrn Landeshauptmann Mag. Wallner, ich habe Paragraf 305, Vorteilsnahme, unter eine verdächtige Person. Jetzt ist das, wenn ich das alles zusammenfüge, seit Ibiza und so weiter, glaube ich, wird aktuell gegen 18 ÖVP-Personen beziehungsweise aus dem Umfeld ermittelt von der Staatsanwaltschaft. Das ist ja jetzt keine Skandalisierung, sondern das sind Ermittlungen durch die Justiz. Wie kann man dann noch sagen, die ÖVP, so wie es der Herr Nehammer gesagt hat, habe kein Korruptionsproblem. Ist das dann noch glaubwürdig irgendwann? Ja, natürlich, weil dieser Vorwurf oder dieser Generalverdacht, der gegen uns als Volkspartei da immer wieder geäußert wird, der ist natürlich aufs Schärfste zurückzuweisen und entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Und ja, Sie haben recht, es gibt durchaus Ermittlungen, die gegen Vertreter der Volkspartei geführt werden, auch gegen ehemalige Verantwortungsregier. Aber wir merken genauso sehr, dass eigentlich auch jede Woche Anzeigen und Ermittlungen gegen Vertreter der Volkspartei eingestellt werden. Also wir merken, dass die siebte Anzeige gegen Gernot Blümel eingestellt wurde, die fünfte Anzeige gegen Wolfgang Sobotka. Und da, Entschuldigung, da muss ich auch darauf hinweisen, das sind dann Dinge, über die am Ende des Tages kaum oder nur sehr wenig berichtet wird, was natürlich auch eine gewisse Scheinheiligkeit in der Debatte dann mit sich bringt. Und auch jetzt in diesem Fall, also um auf Vorarlberg zu sprechen kommen, gibt es Vorwürfe. Ja, da soll natürlich alles aufgeklärt werden. Da soll die Staatsanwaltschaft auch ihre Arbeit tun können. Sie soll ermitteln, sie soll sich das anschauen. Das ist keine Frage. Also wir als Volkspartei verwehren uns in keinster Weise dagegen irgendwelche Ermittlungen. Aber wie gesagt, wir sehen eben, dass sich viele dieser Vorwürfe in der Vergangenheit gegen viele Vertreter der Volkspartei auch immer wieder in Luft aufgelöst haben. Und da gehe ich auch davon aus, dass auch in diesem Fall am Ende des Tages sich vieles davon sehr schnell in Luft auflösen wird. Sie sagen jetzt, viele Vorwürfe haben sich in Luft aufgelöst. Gleichzeitig kritisieren Sie aber auch die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sehr stark. Sind diese Einstellungen, der Verfahren nicht auch ein Beweis dafür, wie unparteiisch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft arbeitet? Naja, wir merken, dass im Justizbereich in den letzten Wochen und auch in Bezug auf die WKStA immer wieder sozusagen jetzt Berichte geäußert werden oder betroffene Personen sich auch medial lautstark zu Wort melden und da auf Missstände hinweisen. Also wir haben einerseits die Aussage der ehemaligen Staatsanwältin Poppenwimmer im Urschuss erlebt, wo sie von einer unglaublichen parteipolitischen Arbeit in der WKStA spricht oder sagen wir es mal so von Linken Zellen, wie es der Herr Hanger sagt. Also ich glaube, sie hat es anders formuliert, aber sie spricht eben sozusagen, dass es da durchaus auch anscheinend parteipolitische Ambitionen von einzelnen Menschen geben sollte, wo eben die Objektivität der WKStA nicht mehr gesichert ist. Wir merken jetzt, dass die ehemalige Rechtsschutzbeauftragte oder noch nicht ehemalige, aber Rechtsschutzbeauftragte sozusagen äußert, dass sie da auch ebenfalls in ihrer Arbeit behindert wurde, dass sie an der Durchsetzung von Grundrechten behindert wurde in ihrer Arbeit und das sind natürlich schon alles Berichte und Erzählungen, die durchaus zum Nachdenken anregen, die, kann man schon sagen, auch auf alle Fälle schockierend sind und da ist in erster Linie die Justizministerin gefordert, da ordentliche Reformen vorzunehmen und da macht es zum Teil fast den Eindruck, als ob die Justizministerin auf dem linken Auge blind wäre, weil, soweit ich weiß, hat sie sich in den letzten Wochen und Monaten zu keinem dieser Vorwürfe und Fälle geäußert und ich glaube schon, dass es der höchste Zeit wäre, dass sie das endlich in den Griff nimmt. Das möchte ich aber auch nur entgegnen, die WKStA ermittelt, beziehungsweise hat ja auch Anklage gegen andere Politikerinnen und Politiker abseits der Volkspartei erhoben, wenn man zum Beispiel nach Wien blickt, zum Beispiel hat Heinz Schaden nach Salzburg zum Beispiel. war dasselbe Staatsanwalt tätig wie jetzt bei den Ermittlungen gegen ÖVP. beziehungsweise auch Wien, den Herr Kohar, den ehemaligen grünen Gemeindepolitiker. Was entgegnen Sie dem? Naja, also das möchte ich ja wohl hoffen, dass die WKStA und generell unsere Justiz ihre Arbeit so verrichtet, dass grundsätzlich alle Vertreter von allen Parteien, wenn irgendwo Vorwürfe im Raum stehen, dass man sich das anschaut, da ermittelt und dann im Fall der Fälle auch zu einem Urteil kommt. Also das setze ich ja wirklich voraus, wenn ich von einer objektiven Justiz spreche. Also da auf Einzelbeispiele zu verweisen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber wir merken eben nun mal, dass es immer wieder jetzt Fälle und auch Erzählungen gibt, dass offensichtlich diese Objektivität der Justiz nicht gewahrt ist. Und das ist eben ein Problem, weil die Sicherheit in unserem Rechtsstaat muss das oberste Gebot sein. Und da ist die Justizministerin gefordert, sich dem anzunehmen. Ich möchte noch mal auf die Ausgangsfrage vom Erich Vogel zurückkommen, nämlich jetzt noch mal am Beispiel Vorarlberg. Ist es so wahnsinnig schwer, einfach auch mal öffentlich, Sie als nicht Kettenhund und nicht Schoßhund, sondern als Generalsekretärin der ÖVP als Politikerin zu sagen, ja, es gibt einfach auch innerhalb unserer Partei, so wie in jeder anderen Partei Dinge, die richtig falsch gelaufen sind. Es ist ja nicht grundlos, dass der Herr Mara gestern an die Öffentlichkeit geht und sagt, also der Wirtschaftskammerpräsident und sagt, es wird keine Gelder mehr von parteinahen in solche Medien geben und das unterbindet und es darf auch kein Personal mehr ausgeliehen werden. Also eine Konsequenz zieht, ehe noch irgendjemand eine Anzeige eingestellt, ermittelt oder angeklagt wird. Also hat die ÖVP tatsächlich kein Korruptionsproblem oder sehen sie tatsächlich wie, vielleicht mache ich es Ihnen einfacher in der Antwort, wie in jeder anderen Partei, dass es da schwarze Schafe gibt, um diese blöde Bezeichnung zu verwenden? Naja, grundsätzlich, wir sagen ja überall da, wo Vorwürfe im Raum stehen, müssen die aufgeklärt werden und dann ist es natürlich keine Frage, dass da auch ermittelt werden soll. Aber die Betonung liegt auf Vorwürfe und es gibt natürlich schon noch die Unschuldsvermutung in unserem Land, die gilt auch für Vertreter der Volkspartei, die gilt auch für die Volkspartei per se und solange es sich um Vorwürfe Verurteilungen zu treffen, weder im Beispiel Vorarlberg noch sonst irgendwo. Nein, es war jetzt auch nicht von Pauschalverurteilung die Rede, sondern einfach von einer Selbstreflexion und von einer kritischen Innenbetrachtung der Verfasstheit der Partei. Beispielsweise hat ja die ÖVP, bevor sie in diese Höhen geschnellt ist, einen Wahlkampf Ausgaben gehabt, die fast doppelt so hoch waren, wie sie hätten eigentlich sein dürfen. Sie haben dafür Strafe bezahlen müssen. War das zum Beispiel etwas, das hat jetzt nichts mit Korruption zu tun, sondern dass man einfach selbstkritisch genug ist zu sagen, das war ein Fehler und das Verhalten der Vorarlberger Landesgruppe war scheinbar auch ein veritabler Fehler. Sonst hätten diese Menschen, wären die ja nicht zurückgetreten. Sonst würde die WKS da ja jetzt nicht ermitteln. Naja, also um auf die Wahlkampfkostenobergrenze zu sprechen zu kommen, ja, wir haben sie übertreten und wir haben dann ja auch die Strafe dafür bezahlt. Wir haben sie dann auch 2019 übrigens sehr, sehr weit unterschritten. Nur um das auch nochmal festzuhalten und im Fall von Vorarlberg sprechen wir nochmal von einem laufenden Verfahren. Also wir sprechen da von Vorwürfen, die durchaus im Raum stehen. Die kann ich wahrscheinlich im vollen Umfang genauso wenig beurteilen wie Sie, weil sagen, ich bekomme auch noch das, mit was medial dazu kommuniziert wird. Es ist ein laufendes Verfahren, deshalb halte ich nichts von irgendwelchen Pauschalverurteilungen oder da jetzt schon sozusagen vorschnell Urteile zu fällen, wer da am Ende des Tages für was die Verantwortung trägt oder woran schuld ist. Und ich verweise einfach darauf hin, dass wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder damit konfrontiert waren, dass die wildesten Vorwürfe gegen die Volkspartei laut werden und dass sich viele davon wieder in Luft auflösen. Und deshalb appelliere ich einfach, dass wir uns bei all diesen Dingen und bei all diesen Vorwürfen erst einmal anschauen, was hat am Ende davon wirklich Substanz, wie wird am Ende des Tages wirklich darüber entschieden, wie werden all diese Verfahren am Ende des Tages ausgehen und wir uns dann eine Meinung bilden. Und das ist schon noch ein Appell an die mediale und öffentliche Auseinandersetzung mit all diesen Dingen, weil ich schon merke, dass wir hier als Volkspartei und auch Vertreter der Volkspartei permanent eigentlich schon vorweg beschuldigt, diffamiert angepatzt werden. Ich stelle jetzt einmal noch eine Zwischenfrage, warum ist dann Sebastian Kurz zurückgetreten? Naja, Sebastian Kurz hat so sein gesagt, er hat nach all der Zeit in der Politik, wie soll man sagen, möchte er den Fokus in seinem Leben Aber das war nicht ernst gemeint, oder? Natürlich waren auch die Vorwürfe, mit denen er sich beschäftigen musste und die ganzen Anschuldigungen waren natürlich ein Teil des. Aber eben, wenn wir nachher mal jetzt bei Ihnen bleiben, oder wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist es doch so, dass Sie sagen, wir müssen jetzt einmal, also eben, solange es nur sich um Vorwürfe und keine gerichtlichen Urteile handelt, hätte ja der Herr Kurz auch in der Position bleiben können, in der jetzt der Herr Nehammer ist. Naja, jeder Mensch, auch ein Politiker, darf für sich selbst entscheiden, in welcher Position er wie lange bleiben möchte. Und Sebastian Kurz hat diese Entscheidung für sich selbst getroffen und das ist zur Kenntnis zu nehmen. Das ist zur Kenntnis zu nehmen, aber wenn wir jetzt bleiben wir bei dem Thema Rücktrittskultur ganz kurz noch. Es ist vor kurzem der CSU-Generalsekretär, den der Herr, der mächtige Herr Söder, extra installiert hat, auf seinen Wunsch zurückgetreten, weil er einen bunten Reporter am Telefon bedroht haben soll oder per Mail, ich mach dich fertig. in Österreich, der Herr Krasser, für den gilt noch immer die Unschuldsvermutung seit 2009. In Österreich gibt es keine Art von Rücktrittskultur, der Herr Kurz, da sind wir uns ja einig, wurde dazu genötigt quasi. Wahrscheinlich auch von den Bundesländern letztlich. Das ist meine Interpretation, nicht meine. Die Geschichte mit der Familie, die kann er vielleicht seiner Oma erzählen. Das glaube ich ihm, glaube es ihm nicht. Es wird trotzdem ermittelt. Und wenn wir warten, bis alle Ermittlungen fertig sind, dann brauchen wir aber, das ist auch eine Kritik an der Justiz, da bin ich bei Ihnen, dass es viel zu lange dauert. Und dass auch Sachen eingestellt werden, gebe ich Ihnen völlig recht, das ist auch unsere Schuldersmedien. Ich nehme mich da nicht aus, weil es ist immer der große Aufschrei und Schlagzeile Ermittlungen gehen. Bleiben wir beim Beispiel Blümel, wenn etwas eingestellt wird, dann ist es vergleichsweise klein. Nein, bin ich völlig d'accord bei Ihnen. Aber wir haben jetzt diese Woche gehabt, ein Ranking, ein internationales von Report ohne Grenzen, wo Österreich um 14 Plätze abgesagt ist, bei der Pressefreiheit zum Beispiel. Korruptionsranking sind auch abgesagt. Wir sind jetzt dort hinter Namibia und Osttimor, nichts gegen die Länder, die sind sicher schön, oder Jamaika, keine Frage. Aber gibt es nicht zu denken, wenn man sagt, wir warten jetzt, bis die Vorwürfe alle geklärt sind und sonst ist ja alles super sauber? Naja, wir leben in einem Rechtsstaat und da wird zuerst ermittelt und wenn man erst rechtskräftig verurteilt ist, sozusagen gelten die Anschuldigungen als bewiesen. Und insofern, entschuldigen Sie, dass ich das sage, aber ich finde sozusagen die Debatte darüber ein bisschen absurd, weil es ist natürlich klar, dass auch Politiker, gegen die ermittelt wird oder gegen die es Anschuldigungen gibt. auch da gilt die Unschuldsvermutung und auch da sollte nicht jeder Politiker sofort zurücktreten müssen, nur weil irgendwo Vorwürfe laut werden. Das ist ja dann etwas sozusagen und da merken wir, also das ist genau das ist der springende Punkt, weil genau das merken wir, dass mittlerweile in der politischen Auseinandersetzung in erster Linie vonseiten der Opposition mit Anzeigen gearbeitet wird. Da wird in erster Linie sofort der politische Mitbewerber angezeigt, angepatzt. Man versucht ihn schlecht zu machen, man versucht ihm zu unterstellen, er hätte irgendeine Straftat begonnen. Das trifft vor allem uns jetzt als Volkspartei ganz massiv. Auch ich persönlich habe ein Beispiel. Ich habe vor wenigen Wochen geäußert, dass es im Burgenland, bei der SPÖ Burgenland offensichtlich den Verdacht auf illegale Parteienfinanzierung gibt und habe einfach nur appelliert medial, dass man sich das anschauen möge. Zwei Tage später wird mir sofort von Seiten des Landeshauptmanns mit einer Klage gedroht und das ist natürlich schon mittlerweile fast, glaube ich, für viele Vertreter der SPÖ und der Neos eine Art politisches Stilmittel und das ist absolut zu hinterfragen und auch zu verurteilen. Wir sind jetzt hier bei der generellen Frage einfach, ob für Politikerinnen und Politiker einfach ein anderer Maßstab angelegt werden soll. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, das ist ganz klar, aber ein Politiker, eine Politikerin ist ja auch immerhin ein Vorbild für die Öffentlichkeit. Natürlich, ich verstehe auch, dass man sich von Politikern grundsätzlich höhere Standards erwartet, dass wir Vorbildfunktionen haben, dass auch Mitglieder der Bundesregierung Vorbildfunktionen haben. Aber trotzdem und darauf möchte ich verweisen, auch für Politiker gilt die Unschuldsvermutung und wenn Vorwürfe laut wären, dann sind die natürlich zu hinterfragen, dann muss man sich das anschauen. Aber bei dem, was wir jetzt aktuell erleben, was in den letzten Wochen und Monaten immer wieder publik wurde, eben gegen Vertreter der Volkspartei, möchte ich ja schon davon sprechen, dass das in gewisser Art und Weise, glaube ich, System hat und einfach das Ziel verfolgt, am Ende der Volkspartei zu schaden. Und da werden wir als Volkspartei natürlich uns auch dagegen wehren und verweisen auch jedes Mal auf die tatsächlichen Fakten und stellen dann diese Dinge auch klar. Frau Saxlina, danke Ihnen vielmals fürs Kommen. Eine Abschlussfrage sei mir noch gestattet. Ich glaube, Sie werden in zwei Wochen 28. Ist der 28. Mai in zwei Wochen oder drei Wochen? Aber ja, Ende Mai. Sie haben in einem Kurierinterview mit meinem Kollegen Christoph Schwarz einmal auf die Frage, ob Sie in der Politik bleiben oder Ihr Leben lang bleiben, werden Nein gesagt. Wie alt werden Sie sein, wenn Sie aus der Politik rausgehen? Naja, also aktuell macht mir die Politik sehr viel Spaß. Ich bin ja auch Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Wien. Das macht mir sehr viel Freude. Und ich habe vor, das jetzt noch eine Zeit lang weiterzumachen. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, längerfristige Pläne in der Politik zu machen hat noch nie gut funktioniert. Und an das halte ich mich ebenfalls. Alles klar. Danke Ihnen vielmals. Danke sehr. Danke, Katharina. Herzblitzke. Danke. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF für funk, Es ании Bis zum nächsten Mal.